Ich möchte hier unsere neue große Gruppe vorstellen. Das hier ist der Pierre, der kleine Mann, der schon kastriert ist. Er ist noch knapp unter einem Jahr. Dann hier die Charlotte. Die beiden kommen aus Kalabrien. Sind beide schon kastriert. Nette junge Hunde, klein, nicht sehr groß. Da ist der Daenerys. Unser Althäschen, die keiner will. Eine nette, jüngere, kleinere Hündin. Dann haben wir hier die Luce. Die ist wieder hierher zurückgekommen, seit ihr Freund der King weggefahren ist. Der ist heute abgefahren. Hier ist die Tarin, die schon nächstes Mal dabei sein darf. Dann haben wir hier noch die Bashful. Unser Oldie. Und der Goku, der immer frecher wird. Hier ist die Bashful. Das ist ein geschorenes Mäuschen. Da geht es hier ein bisschen besser. Die hat ein ganz verfilztes, schmutziges Fell. Ja, wen haben wir noch? Ah ja, da hier ist der Vito. Der hat schön schön abgenommen. Ein sehr, sehr netter, verträglicher Röde. Ja, wie gesagt, da sind neun Hunde laufen hier herum. Der Chiro ist auch wo. Hier ist der Chiro. Er hält sich immer ein bisschen abseits. Er möchte lieber Menschen als andere Hunde. Gell, Chiro? Dabei ist er super verträglich und ein sehr netter, volksamer. Na, komm her. Chiro. Ach, da schreckt ihn jetzt wieder. Die Kamera, hm? Bist du kamerascheu, Chiro? Nix, mag er nicht. Okay, also, liebe Leute, wenn euch jemand interessiert, dann gebt Bescheid. Dann mache ich noch einmal ein Video von jedem Hund gerne einzeln. Gibt es aber auch schon. Und würde mich sehr freuen, wenn unsere Gruppe hier endlich ein Platz finden würde. Ein bisschen hat es sich gelichtet. Vom Bastos und Dora sind heute ebenfalls abgefallen. Und der super nette, tolle Linden. Und jetzt habe ich die Gruppe halt neu gemischt. Also, wie gesagt, neun Hunde. Und das passt hier wunderbar. So, hier haben wir die nette, hübsche Maria Vittoria. Sag mal Hallo. 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 Die uns immer wieder hilft. Ja, gell? Ja.